Hardcore Wenn ein Superstar einen Stahlstuhl hält, während ein Kampfstil-Symbol gespeichert hat, halte die R1-Taste gedrückt und drücke die Dreiecktaste, um Hardcore Resurrection auszuführen. Ein Superstar wird den Stuhl verwenden, um einen wesentlichen Anteil an Körperschaden zu regenerieren. Wenn ein Hardcore-Superstar durch deinen Gegner in einem Match zum Bluten gebracht wird, erhält er automatisch vollen Schwung als Ergebnis. Während du ein Objekt hältst, bewege den rechten Stick, um verschiedene Greifangriffe an deinem Gegner auszuführen. Einige Objekte können am Körper deines Gegners positioniert werden, indem du die X-Taste drückst.